100 Millionen, die den mit ihm nicht tauschen, weil er alt ist, blöd ist und der hat Lebenserwartungen 15 Jahre, was hat er? Wenn er 20 Jahre hat, hat er nur Glück in seinem Leben und er liegt an der Wackrechten. Das ist so. Der hat blöd gefressen, alt, was will er? Und glaubt der 23-Jährige oder was, dass ihm die lebt? Ein 23-Jähriger, ein 60-Jähriger, jeder normale Mensch, der so ein bisschen ein Gramm im Kopf hat, weiß, dass das nicht geben kann. Das ist wieder nur Geldsache. Er wird brenner, brenner, brenner wieder wissen, nach 2-3 Jahren, wenn er wirklich ein Haus baut hat auf den Philippinen, wird ihm die Alte sagen, weißt du was, Putz ist schlechte, weil 1,5% keine ihr, 49% keine haben, also gehört ihm genau gar nichts da unten. Das weiß er jetzt noch nicht. Und Sie glauben, der nimmt den Markt wieder? Na sicher, der wird ihn in den nächsten 2-3 Jahren, 2-3hunderttausend Euro wieder in die Grün versenken, der will mega sein, nicht? Dann ist er 63, 64, mit 60 Jahren zwei Kinder müssen die letzten Sicherungen durchbrennen sein.